Kind stürzt aus Fenster und wird schwer verletzt. In Berlin-Pankow ist am Montagmittag ein vierjähriges Kind aus einem Fenster gestürzt und er wird schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurde das Kind auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht. Dabei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Polizei mittelt jetzt zu den Hintergründen und ob die Eltern möglicherweise die Aufsichtspflicht verletzt haben.